ARD gegen AfD, meine Damen und Herren, das ist ein Dauerbrenner, aber jetzt in der aktuellen Hass- und Hetz-Situation gegen alles Patriotische und Demokratische wird natürlich noch einmal eine Schippe draufgelegt. Gestern in der Sendung hart aber fair bzw. brutal und unfair war ein AfD-Bundestagsabgeordneter das Hetz-Objekt für eine halbe Fußballmannschaft. Drunter machen die es ja nicht. Das ist das Thema des heutigen Brennpunktes. Ja, gestern Abend der Moderator Louis Klamroth und die halbe Fußballmannschaft aus sogenannten Experten gegen Leif-Erik Holm, den AfD-Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsfachmann unterwegs. Aber wir schauen uns erst den Moderator nochmal an, den Herrn Klamroth, wie er in einer früheren Sendung mit einer Betroffenen von Ausländerbelästigung umgegangen ist. Wenn ich durch Brennpunktstraßen in größeren Städten laufe und mir junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen, da entsteht schon ein Gefühl der Unsicherheit. Sprechen Sie kein Englisch? Sprechen Sie kein Englisch? Ja, Herr Klamroth, sieht aus wie eine weichgekochte Macaroni, könnte natürlich keine Frau im Ernstfall schützen, aber du bist der Experte, du bist der Schlachtrost für die Talkshows, warst schon dabei. Richtig, also ich kenne den Herrn Klamroth aus einer früheren Sendung, da hat er Klamroth Konter damals gemacht und mich als AfD-Spitzenpolitiker natürlich auch interviewt. Das war halbwegs fair und ich habe mir das mal angeschaut, wie er heute so agiert. Ich finde, er hat sich verschlechtert, nicht verbessert. Ich mutmaße, dass im Grunde das Verhältnis, was er ja zu Luisa Neubauer, dieser grünen Hexe, hat, ihm nicht gut getan hat. Sie zieht ihn runter, statt er sie hochzieht. Das ist für mich das Ergebnis heutzutage. Ja, und warst du nicht auch schon bei Hard Aber Fair? Auch da hatte ich schon die Möglichkeit Hard Aber Fair. Es war auch nicht wirklich fair damals. Das war noch bei Blasberg. Da war Blasberg Moderator und da ging es um das Thema Pegida. Merkel und Co. Konsorten haben sich ja wirklich auf Pegida damals gestürzt, die verunglimpft. Dafür habe ich natürlich gestritten, für Pegida gestritten. Das ist klar. Es war, wie gesagt, auch damals schon nicht fair. Es war aber zumindest noch halbwegs anständig. Das will ich mal so sagen. Und ich habe dem Leif-Erik Holm, der jetzt auch kürzlich nur ganz frisch in der Sendung war, auch wirklich Daumen gedrückt und gesagt, jawohl, halte dich mal wacker. Aber es ist nicht ganz einfach. Man möchte natürlich die Leute von der AAD und anderen gar nicht zu Wort kommen lassen. Das ist ganz klar. Schauen wir mal ein. Aber ich komme zu einem Ihrer Lieblingsthemen, nämlich Fachkräftezuwanderung in die deutsche Wirtschaft. Frau Müller, speziell für die Automobilbranche, wie wichtig ist das? Es ist extrem wichtig, Fachkräfte zuwanderern zu lassen in unser Land. Sie wollen ja auch Fachkräfte haben für Deutschland. Und da schreiben Sie, mit Blick auf gelernte Fachkräfte werden wir eine strenge Vorrang- und Alternativprüfung einführen. Zunächst sind zwingend die einheimischen Potenziale, so wie der europäische Arbeitskräftemarkt, auszuschöpfen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass wir zuerst uns um unsere eigenen Menschen sorgen müssen. Wir müssen sie gut bilden. Da hapert es ja schon. Wenn ich heute bei den Handwerkern höre... Was bedeutet eine Vorrang-Einrichtung? Entschuldigung, ich muss doch mal meine Argumentation auch entwickeln dürfen. Also sonst funktioniert das hier nicht. Aber hier ist ja eine Verständnisfrage. Ja, es geht darum, dass wir unser eigenes Potenzial heben. Und wir haben im Moment ein Bildungssystem, was auch an die Wand gefahren wird. Wenn ich erlebe, meine Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die darüber nachdenkt, dass wir das Pflicht-Abi in Mathe abschaffen wollen... Es geht ums Bildungswesen. Wir müssen unsere jungen Menschen... Strenge Vorrang und Alternativprüfung als Bildungswesen. Genau darum geht es, dass wir die jungen Menschen sozusagen so gut bilden und ausbilden, dass sie in die Puschen derjenigen gehen können, die in Rente gehen. Das frage ich doch. Dann brauchen Sie doch... Ja, aber dann... Entschuldigung. Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie wollen über etwas anderes reden. Dann stelle ich Frau Müller die Frage. Frau Müller, strenge Vorrang und Alternativprüfung. Ich meine, da kriegt man doch Puls. Da kriegt man Puls. Da kriegt man doch Puls. Da läuft er in seinem Schlapper-Pulli rum. Ja, der Leif-Erik Holm sitzt ordentlich da mit dem Sacko, wie sie es gehört eigentlich. Und fällt dem laufend ins Wort. Ich könnte da gar nicht ruhig bleiben. Ich bin wunderbar. Den Holm, warst du damals auch so ruhig? Ich kenne das auch von vielen Sendungen. Ich habe es immer mit etwas mehr Humor noch genommen, als der Leif-Erik das gemacht hat. Und ihm ist eben das passiert, was eben ganz typisch ist. Er möchte, von seiner Seite richtig, aber wird die Sendung falsch, er möchte natürlich argumentieren. Er möchte das alles schön einzeln darlegen und kommt gar nicht zu Wort. Das ist in solchen Sendungen falsch. Du musst wirklich einen Satz bringen. Ja, ganz klar, wir brauchen Bildung, Weiterbildung in Deutschland. Dann brauchen wir keine Ausländer. Punkt. Und man möchte ja gar nicht, dass die Argumentationen zustande kommen. Man fällt ihm ins Wort. Das ist natürlich nicht hart, aber fair. Das ist, wie du es schon auch richtig gesagt hast, mit fairen. Das hat überhaupt nichts zu tun. Ich glaube aber, in einer anderen Situation hat er sich etwas besser noch geschlagen, der Leif-Erik Holm. Ja, auf mich macht er einen guten Eindruck. Hier ist der Faktencheck sozusagen zum Thema, was wir gerade hatten. Ganz genau. Ja, vom BDI, Bund Deutscher Industrie, droht Deutschland die Deindustrialisierung. Ganz genau. Also wirklich, das ist ein Schlagwort, was jetzt überall die Runde macht und nicht von bösen Rechtspopulisten verbreitet wird, sondern die Wirtschaft selbst sagt, dass Deindustrialisierung, hier wird wirklich abgebaut, hier werden Stellen abgebaut, ganz klar, und es wird auch noch rationalisiert. Also wie man dann noch mehr Fachkräfte braucht, ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Und vor allem, wir haben es gerade auch gesehen, es wird immer von Fachkräften gesprochen. Es geht gar nicht darum, wenn, geht es erstmal um Arbeitskräfte, nicht um Fachkräfte. Wir bräuchten Arbeitskräfte, aber auch die brauchen wir nicht mehr. Industrie wandert ab, es wird rationalisiert. Wir können froh sein, wenn unsere Deutschen die Arbeitsplätze behalten. Hier in der Mitte ist ja der entscheidende Satz. Der Industriekern ist von 22,9 Prozent 2016 auf nur noch 20,3 Prozent im vergangenen Jahr geschmolzen. Ein toxischer Cocktail. Und so wird es weitergehen. Es wird weiter, so bergab gehen. Und wir können froh sein, dass wir die Leute hier in Deutschland in Arbeit behalten können. Da brauchen wir keine Einwanderung von Arbeitskräften. Wir gehen nochmal zu unserem Klammrot. Jawohl, Klappspaten. Aber wir stellen die Grundfesten, das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem es entstehen kann, den stellen wir nicht in Frage. Im Gegenteil, wir wissen, wie viele Arbeitsplätze das in diesem Land sichert. Aber ich will schon mal sagen, also es sind wirklich große Probleme, ich habe es ja kurz angedeutet, über die muss man diskutieren. Man muss ernsthaft darüber diskutieren, weil die Gefahr besteht, dass uns das um die Ohren fliegt. Aber ich möchte auch sagen, natürlich ist es zuallererst die Aufgabe, dass wir in unserem Land jetzt erstmal für Ordnung sorgen. Denn wettbewerbsfähige Unternehmen, das ist leider auch nicht mehr der Fall, wegen der hohen Energiepreise insbesondere. Darüber klagen doch alle mittlerweile. Wir erleben einen Anfang einer Deindustrialisierung, das betrifft auch Ihre Branche, die Automobilbranche, dass das jetzt mehr im Ausland produziert wird, wo die Energiepreise viel günstiger sind. Und da müssen wir auch die richtigen Maßstäbe jetzt finden, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden. Wir sind es nicht mehr. Wir erleben eine Abwanderung. Auch andere Branchen gehen ins Ausland. Und BSF baut ein Werk für 10 Milliarden in China, das größer ist als das heimische Werk in Ludwigshafen. Ja, da fragen wir doch mal. Das sind doch die Dinge, die wir jetzt angreifen müssen in unserem Land. Kann man ihm noch recht geben, würde ich sagen, durch die Bank. Hat auch sehr sachlich vorgetragen, kam ja auch mal zu Wort, muss man positiv anrechnen. Er hat einen wichtigen Punkt genannt, finde ich, nämlich, wir müssen hier bei uns in Deutschland erstmal für Ordnung sorgen. Müssen alles wieder herstellen, müssen wirklich wieder wettbewerbsfähig sein, bevor wir anfangen können, die Welt zu retten und Europa zu finanzieren. Das wird immer vergessen, hat er völlig richtig angebracht. Hier sehen wir das ganze Elend in einer Grafik von Statista, 1992, 2008 und 2024. Wichtig ist hier natürlich ganz klar der Abwärtstrend von Deutschland. Und so wird es weitergehen. Wir haben aber auch die anderen Europäer am Runtergehen. Richtig, genau. UK, also Vereinigtes Königreich und Frankreich, ganz grausam. Richtig. Und hier neu platziert auf Platz 3, war vorher nicht in den Charts. Indien, neu platziert Indonesien. Und natürlich China, der absolute Wunsch. Hallo, Russland, trotz aller Sanktionen, zack, geht es drei Plätze nach oben. Russland, was man vernichten wollte, wirtschaftlich, schnellt nach oben vor Deutschland. Also unser Endgegner, der ist jetzt vor uns. Und China natürlich sowieso Spitzenreiter, also da werden wir keine große Freude haben in Zukunft. Keine rechtsradikale Statistik, keine Russen-Putin-Propaganda. Da, Fakten in Zahlen. Fakten-Check heute. Richtig. Da steht, die AfD will einen neuen deutschen Markt einführen. Würde das der Industrie in Deutschland helfen? Nein, das würde uns natürlich überhaupt nicht helfen. Das wäre nicht gut für die Industrie in Deutschland, wenn man jetzt zu einer neuen deutschen Markt, so nennen sie das, käme. Bringt sie das dann zum Nachdenken? Wir denken pausenlos über Themen nach und auch über dieses Thema. Es ist ein schwieriges Feld. Wir sagen, der Euro hat in einem nicht optimalen Währungsraum große Probleme. Wir haben das mit Griechenland ja erlebt. Das sind ja die großen Probleme gewesen, die wir gehabt haben. Wir haben jetzt Italien mit einer Schuldenquote von 150 Prozent. 60 sind nach Maastricht nur erlaubt. Wir haben Target-Seiten, also Forderungen gegenüber dem Zentralbanksystem der Eurozone von über einer Billion Euro. Das heißt, wir sind in einem sehr, sehr schwierigen Feld unterwegs. Und wir sagen, wir sind mit der deutschen Markt immer gut ausgekommen. Ja, da ist natürlich jetzt der neuralgische Punkt mit dem Euro, raus aus dem Euro, rein in die deutsche Markt wieder. Ja, da wollen sie jetzt drauf geifern. Ich habe da in den letzten zwei Wochen viele Artikel gelesen, wo es dann heißt, die AfD wird uns ruinieren. Es gibt einen 20 Milliarden Verlust und was weiß ich, zwei Millionen Arbeitsplätze in Gefahr, wenn Deutschland aus der EU rausgeht oder aus dem Euro. Und da wird sozusagen eine Ersatzschiene aufgebaut in der Propaganda, falls man mit dieser Remigrations- und Deportationsschiene nicht weiterkommt. Da will man vor der Europawahl Großwelle machen in diesen Wirtschaftsfragen. Aber ich finde, da hat sich auch der Leif-Erik Holm gut geschlagen. Gut geschlagen, richtig. Ja, und er hat die deutsche D-Mark sympathisch angesprochen. Das allein wird der AfD schon wieder einen Prozentpunkt bringen. Auf jeden Fall, so soll es auch sein. Und vor allem, man muss ja wissen, diese Euro-Währungsunion ist ja viel weniger ein wirtschaftliches Konstrukt, sondern ein ideologisches Konstrukt. Ja, damit soll im Grunde eine Währungsunion von Staaten zusammengehalten werden, die eine völlig verschiedene Volkswirtschaften, völlig verschiedene Stärken und Schwächen haben, die eigentlich gar nicht zueinander passen in einer solchen Union. Zum Schluss soll einfach nur dafür gesorgt werden, dass Produktivere die weniger Produktiven aushalten und bezahlen. Ja, und wer das ist, werden wir gleich sehen, sicherlich gehen wir noch drauf ein. Das ist der Hintergrund der Euro-Währungsunion und war nie darauf angelegt, Deutschland irgendwie positiv etwas zu bescheren. Ganz im Gegenteil, wenn wir dort aussteigen würden, würde sofort ganz klar natürlich eine neue D-Mark weit über Wert liegen. Es wird gemutmaßt so 20 Prozent über dem Euro sofort liegen auf Anhieb. Hätte Vorteile und Nachteile, vor allem hätte es aber Nachteile für diejenigen, die bis jetzt am Tropf Deutschlands hängen. Das ist das Problem für viele. Man sagt ja, die Franzosen damals, Mitterrand, der Präsident, hätte Anfang der 90er Jahre gesagt, Maastricht, wo der Euro beschlossen wurde, Maastricht ist das neue Versailles. Der neue Versailles Vertrag, um Deutschland zu fesseln. Genau, das ist völlig richtig. Wir hatten damals im Grunde die EG, die Europäische Gemeinschaft. Schon da gab es viele Mechanismen, ich sage es mal fast ein bisschen der Gleichschaltung, aber das war noch human, das hat noch funktioniert. Und die EU ist wirklich, die toppt alles, das ist Gleichschaltung und auch nur ein Umverteilungsprinzip hinter den Kulissen von Ländern wie Deutschland in andere Staaten. Also Deutschland ist der Zahler der EU. Ohne Deutschland gäbe es die EU gar nicht. Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, im AfD-Europa-Wahlprogramm hat man ja sehr vorsichtig formuliert. Das Wort Dexit steht, glaube ich, gar nicht drin, sondern es steht nur drin, die EU ist nicht reformierbar und dann müssen wir nach dem Ausweg suchen. Und Alice Weidel hat dann vor kurzem gesagt, wenn die EU sich nicht reformiert, dann werden wir einen Volksentscheid zum Dexit machen. Das ist ja die demokratische Selbstverständlichkeit. Aber schon da schreit dann das ganze Establishment auf, ja, Wahnsinn und so. Ja, und ich vermute, eigentlich die AfD wäre besser gefahren, wenn sie den Punkt Dexit offensiver... Unbedingt. Weil jetzt kriegt sie die Prügel sowieso. Genau. Also jetzt sozusagen nachzuschieben, ja, und trotzdem die Prügel einzustecken, finde ich auch nicht richtig. Dort hätte wirklich stehen müssen im Europawahlprogramm Dexit. Man kann das kombinieren und kann immer noch sagen, falls es möglich sein sollte, ich persönlich glaube es nicht, diese EU zu reformieren, dann können wir uns den Dexit schenken. Aber Dexit als Forderung hätte drin stehen sollen. Und ich fand das auch sehr gut, dass die Alice Weidel da jetzt wirklich als Bundesspitze wirklich einen Schritt nach vorn gemacht hat. Sie ist ja auch dafür bekannt, auch sehr diplomatisch und vorsichtig. Das war richtig gut, hört man selten und ich glaube, mit geradem Rücken und vor allem in klarer Position hätte die AfD noch mehr Sympathien. Den Fehler kann man aber noch korrigieren. Ich meine, das Wahlprogramm hat wahrscheinlich 80 Seiten, liest eh niemand. Wichtig ist, was steht auf den Plakaten. Richtig. Und wenn da jetzt Alice Weidel oder Leife... Dexit jetzt. Dexit jetzt oder zumindest Volksabstimmung über Dexit. Ich glaube, das wäre allein für zwei, drei Prozentpunkte gut. Richtig, ganz genau. Klare Worte. So, was haben wir noch? Ja. Ja, wir haben es ganz klar nochmal. Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Also, was wir hier sagen, ist nicht alles nur Rechtspopulismus. Nein, das basiert auf Zahlen, Fakten, auf wissenschaftlichen Erarbeitungen. Und hier haben wir vom 30.01. Deutsche sind die armen Schlucker Europas, sagt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsförderung. Das heißt, obwohl Deutschland der Zahlmeister der EU ist, sind die privaten Haushalte fast schon Schlusslicht in Europa. Ja, und hier nochmal ganz klar auch gesagt, das Vermögen deutscher Haushalte ist im europäischen Vergleich dramatisch niedrig. Und das, wie gesagt, für den Zahlmeister, das darf doch gar nicht sein. Wer dann noch sagt, die EU, unsere Mitgliedschaft ist gut für Deutschland, für das Volk, der verbreitet Fake News und Lügen. Nichts weiter als das. Wir brauchen ein Handelsabkommen, auch ein Thema, gegen das die AfD sich ausspricht und vieles andere mehr. Das heißt, das Betonung von Problemen heißt noch nicht unbedingt, dass man die richtigen Lösungskonzepte hat. Nehmen Sie die Gedenken von Frau Müller ernst? Ich sehe sie so nicht, denn wir haben schon im vorletzten Jahr einen Antrag geschrieben, ein Fitnessprogramm für Deutschland, was wir noch heute dringend bräuchten. Das ist bisher ja bei weitem nicht umgesetzt. Wir wollen eine vernünftige Wirtschaftspolitik, eine freiheitliche Wirtschaftspolitik. Und wenn Sie Frau Müller den Dexit ansprechen, das ist für uns eine Ultima Ratio. Denn wir wollen eigentlich zurück zu einer gut funktionierenden europäischen Gemeinschaft, natürlich mit einem Binnenmarkt. Der ist wichtig für uns, ja, und der nützt uns. Den wollen wir haben. Wir wollen auch die Reisefreiheit erhalten innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen aber nicht aus Brüssel regiert werden. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Wir wollen nicht raus, sondern wir wollen zurück, als es noch funktioniert hat. Ich meine, als es noch funktioniert hat, hieß das Ding nicht Europäische Union, sondern Europäische Gemeinschaft, EG. Das war eine Wirtschaftsverbindung gleichberechtigter, souveräner Staaten. Und dieses schöne Modell wurde in Maastricht, bei den Maastrichter Verträgen 1991, leider zerschlagen. So ist es. Und er hat es auch nochmal jetzt zwar gesagt, gut, dass er das Wort Dexit wirklich auch formuliert hat, aber das sind keine klaren Botschaften. Ja, das sind keine klaren Botschaften. Und vor allem der Bürger draußen, der will doch auch wissen, will die AfD nun ganz klar raus aus diesem Hottentottenverein EU? Soll die Zentralregierung in Brüssel gekappt werden, ja oder nein? André, du kannst doch nicht sagen Hottentottenverein. Oh, das werde ich aber immer wieder sagen. Tja, also ich möchte auch die Hottentotten natürlich nicht beleidigen, du hast da recht, genau. Okay, man muss trotzdem sagen, der Live-Erik Holm hat sich sehr gut gestanden und macht vor allem als Mann und als Experte da einen sehr guten Eindruck. Macht das auch sehr seriös unter den Umständen sowieso, keine Frage. Man soll nie vergessen, die Leute hören da nicht so genau zu, Öffentlich-Rechtliche wird sowieso von Ü70 angeschaut, ja. Und denen genügt es, dass er mal Dexit gesagt hat. Da reicht schon die Parole, ganz genau. André, das ist deine Part. Genau, hier haben wir es nochmal ganz, ganz deutlich, wirklich mit Zahlen und Fakten. Man sieht die ganzen Angaben, ja, fast 22 Milliarden Einzahlungen, wir sprechen vom Jahr 2021, währenddessen es andere Länder gibt, Polen, die fast 13 Milliarden herausbekommen. Und interessant ist auch das zu sehen, ja, hier Deutschland der Einzahler mit der Summe, hier der Nehmer Polen mit der Summe, das heißt, Deutschland finanziert alleine schon Polen und andere Staaten. Das ist die Aufgabe der Euro-Währungsunion und die Frage bleibt natürlich auch, wie soll das weitergehen, vor allem vor dem Hintergrund. Und dass ja deutsche Wirtschaftsverbände wirklich Alarm schlagen und sagen, unsere großen Konzerne wandern ab, BASF, Bosch, es soll sogar auch Miele, ja, überlegen, ins Ausland zu verlegen und wohin geht es? Nach Polen. Das heißt, hier wird kaum noch was übrig, bleibt eine industrielle Trümmerwüste übrig, während andere nicht nur finanziert werden von uns, sondern auch die Industrie dorthin abwandert. Ich glaube, irgendwann wird Polen rufen müssen nach den Fachkräften aus dem Ausland, dann schieben wir sie alle rüber. War das eine Lösung? Ja. So weit kommt es noch, ja. Liebe Zuschauer, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist eine Transformationsinstitut, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, zwangsfinanziert. Und dann machen sie noch Propaganda gegen die Demokratie und gegen die Opposition. Man glaubt es nicht. Wir bleiben hier am Ball und halten dagegen als Kompakt-TV. Wir bringen die Nachrichten, die guten Nachrichten, die die anderen verschweigen. Ich wollte noch hinweisen, Kompakt-TV ist nur eine Schiene unserer Arbeit. Die andere Schiene ist das Print-Magazin. Kompakt-Magazin erscheint einmal im Monat. 40.000 Exemplare verkaufen wir. Aber in der augenblicklichen Hetz-Situation sind natürlich auch wir Objekt des Beschusses, Ziel des Beschusses. Und wir hören Rückmeldungen aus den Kiosken, dass die Anfeindungen zunehmen, dass die Händler unter Druck gesetzt werden, Kompakt aus den Regalen zu nehmen. Wir gehen natürlich dagegen juristisch vor. Wir verschaffen uns gerade einen Überblick. Aber für Sie der Hinweis, das Sicherste ist immer noch, wenn Sie dieses schöne Heft abonnieren. Weil dann haben Sie es im Briefkasten, bevor es an den Kiosk geht. Und wir hatten auch schon Fälle, da wurde Kompakt am Kiosk verboten. Wenige Fälle, aber die gab es auch schon. Mit dem Abo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Und Sie sparen im Vergleich zum Einzelbezug 2 Euro pro Stück. Das war die Sendung für heute. Lieber André, danke fürs Kommen. Gerne immer wieder. Und morgen geben wir wieder den Feinden der Demokratie Saures. Das war die Sendung für heute. Das war die Sendung für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. tim- Untertitelung des ZDF, 2020